ja wie ihr sehen könnt es ist mal wieder winter geworden bei uns im garten hier in der region leipzig und es ist wirklich ein tolles wetter jetzt hier im garten ihr seht wie der schnee glitzert das macht doch allen spaß wenn wir hier draußen sind und ich würde euch einfach mal zeigen wie der garten jetzt zurzeit aussieht und habe so ein paar verschiedene schöne varianten eingefangen ein paar schöne bilder kurze videoclips und die will ich euch einfach mal zeigen los geht's da 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 ja das war mal so ein kurzer garten rundgang jetzt im februar er seht so viel ist noch nicht ist alles tief verschneit und ja die richtige garten arbeit geht halt erst dann im märz ist es los wenn dann der schnee alles wieder weg ist und zu hause habe ich aber schon was in der anzucht unter anderem paprika und physalis und auch so ein bisschen salate und kohlrabi aber die sind noch bei weitem noch nicht so weit dass sie ausgepflanzt werden können aber wenn dann der schnee weg ist und so ein bisschen wärmer wird dann kann es ja natürlich losgehen ich hoffe euch hat das video gefallen gebt mir einen daumen nach oben schreibt was in die kommentare fragen anregungen und abonniert vielleicht auch meinen kanal um vielleicht ein paar weitere videos von mir noch zu sehen von meinem garten und vor allem geht es ja auch teilweise in den gartenrundgängen immer um kann und ihr habt das auch gesehen die kann die wohnen sind unter dicken und einer dicken schneeschicht begraben macht den überhaupt nichts aus und die wachsen im frühjahr dann wieder raus treiben wieder aus und dann wieder richtig top da halte ich euch natürlich darauf dabei auf und ja ich wünsche euch einen schönen tag macht's gut ciao ciao und